Ein Mann stirbt, geht in die Hölle und trifft auf Satan. Satan sagt zu dem Mann, heutzutage können Menschen, die in die Hölle kommen, ihre eigene persönliche Hölle wählen. Ich werde dich zu einer Reihe von Türen führen und du wirst hineinschauen und mir dann sagen, ob du dort die Ewigkeit verbringen möchtest. Der Mann stimmt zu und Satan führt ihn durch einen langen, dunklen Flur. Satan öffnet die erste Tür. Der Mann schaut hinein und sieht tausende von Menschen auf dem Hartholzboden auf dem Kopf stehen. Der Mann sagt, das sieht so unbequem aus. Zeigen Sie mir bitte das nächste Zimmer. Dann führt Satan den Mann zur zweiten Tür hinunter. Der Mann blickt hinein und sieht tausende von Menschen auf dem Betonboden auf dem Kopf stehen. Der Mann sagt, äh, das ist noch schlimmer. Bitte zeigen Sie mir ein anderes Zimmer. Satan nickt und führt ihn zur dritten Tür. Und der Mann schaut hinein. Er sieht tausende von Menschen, die knietief im menschlichen Abfall stehen und alle Kaffee trinken. Der Mann sagt, das ist der richtige Ort für mich. Dann fragt Satan, bist du sicher? Sobald sich die Tür schließt, kannst du nie mehr zurück. Der Mann sagt, ich bin positiv. Ich liebe Kaffee. Der Mann tritt ein und Satan schließt die Tür. Kurz bevor der Mann es sich bequem machen kann, sagt eine Stimme im Lautsprecher. Kaffeepause ist vorbei. Zurück auf den Kopf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonnieren Sie für mehr.